Die Diätwoche Ihre Namen, Ihre Größe und natürlich auch die Angabe, wie viel Sie denn verlieren mögen. Ja, richtig. Und wir haben jeden Tag von Herrn Wirz und von der... Von Andrea Wirz. Nein, nicht von Andrea, es ist unsere Andrea Kievel. Ach ja, richtig. Das ist unsere Andrea. Haben wir sozusagen in unserer Küche vorbereitet bekommen, was wir denn überhaupt essen dürfen, was wir zu uns nehmen dürfen. Und wir wollen natürlich auch an dieser Woche weitermachen. Heute ist Müsli-Tag, oder? Heute ist Müsli-Tag. Wir sollten noch sagen, wenn Sie noch mitmachen wollen, bis Ende Mai 5 Kilo abzunehmen, das können Sie natürlich. Dann brauchen wir ein Foto von Ihnen mit Gewichtsangabe und Größe. Das Foto sollte aber von Ihnen sein, nicht? Und außerdem können Sie dann noch zu den Gewinnern zählen, die also wunderschöne Preise kriegen. Mich interessiert jetzt wirklich, was Gernot heute essen darf. Der macht ja weiter. Natürlich. Wollen wir mal gucken? Genau. Gucken wir mal rein. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020